Hallo, ich bin der Jörg von Magic World bei Jörg und ihr bekommt den nächsten Tipp von mir. Bitte nicht nach Abonnenten betteln, das habt ihr doch überhaupt gar nicht nötig. Na, ihr müsst doch nicht irgendwo betteln. Schreibt einfach ein paar coole Kommentare bei mir zum Beispiel auf dem Kanal und dann unterhält man sich ein bisschen im Chat und hin und her und dann schwupps schon hat man ein Abo. Also das ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Also bitte nicht betteln, das ist wirklich unter eurer Würde, das habt ihr gar nicht nötig. So, also, dann schreibt mir ein paar coole Kommentare und dann können wir uns gegenseitig abonnieren. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Erfolg mit eurem Kanal. Macht's gut, bis bald, euer Jörg.